Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei Youtubers Live. So, äh, der zweite Computer wird gerade ein Video noch hochgeladen von Ihnen, von den Samen und, äh, wir machen, was machen wir? Natürlich ein Video. Was denn sonst? Ah, das Spiel geht aber auch, geht aber sehr schnell runter. Das haben wir ja doch erst gekauft. Hm, ach, wir machen Gameplay. Ich hab's noch Gameplay. So, fortsetzen. Und, mal sehen, wie diesmal das Video wird. Weil letztes Mal war's ein bisschen, hatten wir Korten, die ja eigentlich nicht so dazu passen. Hm, sieht ja schon mal ein bisschen besser aus, fertig. Wie das Letzte. Unnuskiger. Und feierlicher. Ist ja ein episches Spiel. Äh, Spielintro. Losgekommen da. Hm, ein singender. Hm, ernster Kommentar. Handlungsfähiges Wechsel. Ja. Das war's. So. Ähm, das oben hin. Das ist, nee, das nicht. Das machen wir so. Hm. Das so. Und das so. Äh. Kein rotes, keins ausgelassen. Sehr gut. Das kann da eigentlich nur gut werden, oder? Ich hoffe es mal. Ja, ich hoffe es. So, rendern. So, zweimal Level. Ein neuer Rekord. Nacharbeiten. Ui. Okay. Wir haben eine Karte. Musikintro. Hm. So. Äh. Was macht er hier? Gar nichts. Weil wir jetzt sind mal der Reinschaft. Jetzt wird er. Ui. Mal sehen. Dual. Ah, einmal frei. Okay. Wie zu starten. Äh. Äh. Der macht er auch gerade, ja? Mal sehen, ob das geht. Euch denkt man nicht. Ah. Dann können wir auch schnell schlafen. Dann versuchen wir es auch mal. In der Zeit müsste der Computer fertig sein. Video erstellen. Ah. Der hat jetzt gespeichert. Das ist aber sehr schön. Essen. Komm. Schnelle essen. Hau nicht ab. Hm. Ein, äh, Salat. Mhm. So kriegt man voll den Energie. So. Oh. Und, äh, mich herstellen. Äh. Ja. Ja. Wo ist er? Ah, da kommt er. Das erste Mal Dual. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt sind, ja, jetzt sind alle beide da. Hm. Hm. Sarkastisch kommt er. Hm. Falsches Spiel. Ah. Okay. Hätte er klappen können. Äh. Na, das wird schon mit Hinweis. Hm. Hm. Sinnloser Kommentar. Äh. Singender Kommentar. Hm. Professioneller. Und, und, lustiger Kommentar. Und, ah. Mit null Punkten. Oh, sehr schön. Karten suchen. Schneller abrühren. Achso, wir müssen das erst mal zusammenhauen. Ich hoffe, das wird, wird etwas. Äh, das kommt erst mal zum Schluss. Hm. Äh. Äh. Ja. Hm. Wollen wir das so machen? Ja, ich denke mal, das ist vielleicht eventuell etwas besser. Hier müsste ein bisschen mehr rennen. Hier müsste ein bisschen mehr rennen. Und. Ja, das machen wir so. Und. Ja, das war's. So. Oh. Das ist aber sehr gut. Uiuiuiui. Da qualmt und raucht. Nein. Wir müssen den Trinkst reparieren. Der qualmt. Und brutzelt. Und, ja. Macht. Und jetzt ist er ruhig. Sehr gut. Oh. Monatliche Miete. Okay. Also, was heißt Miete? Ja, kann man so sagen. So. Hm. Jetzt machen wir alleine irgendwie. Äh. Oh. Ach, naja. Einmal geht noch. Einmal geht noch. So. So. Ne, der macht sich ja gerade noch. Arbeitsplatz 2. Fortsetzen. So. Gut. Wir hauen uns hin. So. Danach wird er essen. Äh. Äh. Nein. So. Äh, äh, äh. Nein, möchte ich jetzt nicht. Äh, essen? Mhm. Nö. Wir haben ein Lettter ab. Hm. Da, ihr Kot? Okay. So, er macht gerade noch so ein Video. Da schauen wir mal, wie kein neues Game. Hm. Topseller. Äh. Das soll gut sein. 21. Das ist 3. September. Ist ja eigentlich, hm. Okay. Wir kaufen das mal. Kaufen. So. Jemand ruft an. Was? Ich bezahle keine 150. So. Jetzt dauert mal kurz auf das neue Spiel. Da ist es. Und. Ist der schon fertig? Der haut doch ab. Zeig mir erstmal dein Ergebnis. So. Interesse 140. Ja. Äh. Jetzt haut er ab. Jetzt haut er ab. Ach, Mann. Okay. Dann müssen wir mal selber. Das neue. Mal sehen, wie es ist. Und zwar. Hier ist 0. Machen wir mal Mono. Okay. Weiter. Da. Haft. Das. Haupt. Das. Ja. Komm. Da. Normales. Spiel. Äh. Fröhliche Äußerung, ne? Na. Das ist doch nur. Hm. Okay. Dann eben nicht. Hm. Fahrlicher Schrei, ne? So, äh, sinnloser Kommentar. Hm. Professioneller. Sehr schön. Ja, und ja. Und Feenverabschiedung. So. Das, das, das. Äh. Ach. Äh. Das passt alles nicht so richtig. Hm, ach. Machen wir mal so. So. Kann man ja nur. Es passt alles irgendwie nicht so richtig. Wie es. Ne. Ach, Mann. Machen wir das so. Machen wir das so. Und. Das war's mal wieder, ne? Ah. Nein, ich will jetzt nicht. Und jetzt nicht. Ach, nein, keine Party. Oh. Oh. Nein. Welcher Computer ist jetzt kaputt. Ach nein, nicht aufrüsten. Was mach ich denn? Was mach ich denn? Äh, reparieren. Wir können noch mal. Ist das schon unser bester Computer? Oder könnte man da mehr? Ja, mal sehen. Ja, mal sehen. Äh, ein Video aufgeben. Besser von hinten abgehauen. So, Video starten. Auf den zweiten Arbeitsplatz. Können wir hier? Nein, hä? Ne, ist ja schon das Beste. Jut. So, mal ab und zu mal nachschicken. Ja, wohl. Gucken wir mal. Mal aufrüsten. Der arbeitet noch. Immer noch. Gehen wir schlafen. Etwas essen. Danach aufrüsten. So. Okay. Und dann nehmen wir uns mal ein Hotdog. So. Einkaufen. Oder besser gesagt. Aufrüsten. Okay. Wie viel kam der PC? 575. Anfang des Monats. Wir haben noch 1000 noch was. Müssten wir eigentlich hinbekommen. Wir kaufen den einfach mal. Hm. Das ist schon... Ne, das ist noch zu teuer. Ach, der Computer reicht ja erstmal. So. Okay. Er ist auch fertig. Er haut mal was ab. Mann. Das Ergebnis möchte ich mal gar nicht sehen. Okay. Kann er nämlich schon hochladen. Und, äh, öffnen. So. Unser neuer PC ist da. Sehr schön. Okay. Er müsste ja dann ein bisschen besser laufen. Ein bisschen schneller. Und, äh, ja. Testen wir den am besten gleich mal aus. So. Dann müssten wir ja jetzt, wenn wir beim Rendern mehr Punkte haben, vielleicht, ja, weil, der müsste ja dann auch schneller gehen. Also kann er auch schneller rendern. Äh, auch schneller le... Also die Leistung höher ist. Mann. Äh, ja. Toll. Ja. Okay. Lust, wir kommen da. Hm. Spielt und Ruhe. Äh. Ja. Okay. Dann nicht. Lade bitte. Ernster Kommentar. Feierlicher Frei. Äh, ja. Äh, mh. Und. Einmal der röscher Klick. Verzappelt sich. Sehr schön. Und fing die Verabschiedung. So. Das passt, das passt. Das passt auch. Das wird auch noch passen. Das, äh, 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 warte mal, werden wir das so machen hier? Und dann wird er hier hoch. Und dann das zu Ende. Äh, alles grün. Sehr schön. Könnte immer so sein. Hm. Ein bisschen davon noch. Drei Punkte haben wir noch. Ah, uns fehlt ein Punkt. Ja, ja. Okay. Man kann nicht alles haben. So. Und das war's. Und noch ein neuer Gott. Ein, äh. Okay. Nehmen wir nur das. So. Also, das war's mehr dafür heute. Wir sind schon mal da am Folgenende. Also, wenn's euch gefallen hat, dann macht doch ein, äh, also, schreibt, schreibt uns in den Kommentar, oder, wenn's euch gefallen hat, dann macht ein Like, oder, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich. Wärt ihr mich freuen? Okay, das war's. Bis denn dann. Tschüüüü. Tschüüü.